Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Wir sind direkt vor der Höhle des Lebens. Moment, ich muss kurz da noch was ändern. So, jetzt gehen wir ran. So, ich habe nämlich jetzt vorher gerätselt gehabt, ob ich vielleicht doch zuerst die Twyphors... Okay, ich lehne da nur jetzt ein Dings, oder was? Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Okay, schauen wir uns erst einmal hin. Runter, runter, nichts, rechts, links, rum, nichts, okay. Okay, das ist mehr, das ist das da. Also runter, runter, nichts, ah, das geht mir zu schnell. Nein. So. Äh, runter, runter, nichts, rechts, links, nichts. Okay. Jetzt hat er's. Okay, wir lernen nur einen Zau, einen neuen Zeiltaktstock, okay. Also neun, äh, neun Dingens, neun Musik, so. Runter, runter, nichts, rechts, links, nichts. Dum, 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 bäum, zee. Das ist, du hast die Hymne des Terra-Gottes erlernt. What the heck is that? Oh. Hallo. Vom Masterschwert aus Erwählter. Mein Name ist Lart. Hallo, Lart. Ich bin der Weise vom Volk der Zohra, der seit langer Zeit hier in diesem Terra-Tempel seine Gebete darbringt, um dem Masterschwert die Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Tagesschweige hat das Masterschwert, das du mitgeführst, durch die oder untrigen Gannendorf diese Stärke bereits verloren. Als Gannendorf, der vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Haul zum Leben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm mir das Mind, überauf das die Stärke des Masterschwerts finden würde. Um dem Scherten und wieder zu seinen alten Stärke zu verheffen, bedarf es eines Weisen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Eines Weisen, der meine Blutsnachfolge antritt und der dieses Heiliginstrument zu verspielen vermag. Zeit der Vergegen Generationen lösen sich ab, aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt noch immer durch jemand anderen, durch jemans Adan. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, das dem Gott dieses Tempestatum ist. Und es wird ihr auch wieder, ihr auch wieder, oh Gott, ich weiß wer, ihr auch wieder ihre Bestimmung als Weiser ins Gedächtnis rufen. Diese Tür lässt sich nur durch das Lied dieses Weisen öffnen. Meine besten Wünsche begleiten dich. Ich habe eine Vermutung, wer das sein soll, nämlich, ich vermute, das wird die Kleine sein, die von der Vogelinsel, weil die hatte auch eine Harfe, also, klingt es nur logisch. So, komm schon weit. Die Frage ist nur, wo war die, die, das ist die für uns Schneppastion, Draconia, war die auf Präludien oder war die auf Draconia? Ich weiß es wirklich nicht mehr, Leute. Egal, ähm, ich werde jetzt Schnellreisen machen. Äh, das war das. So. So. Äh, so. Ich glaube, dass es Draconia war, weil da war der Drache und da waren diese, da waren auch die Leute mit den Flügeln, glaube ich. So. Wusch. So, da, la. Okay. Man hört ja auch irgendjemand schon spielen. Was machst du denn da? Nichts die von ihr, oder? Nein, bin ich nicht. Geh weg von mir. Lass mich. Ich höre schon die Harfe. Sie wird lauter. Hm. Ist sie da drin? Nö. Hätte ich rausgehört, oder wie? Hm. Okay. 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 Okay, der ist irgendwo hier. Warte, ein Stück ist sie da oben irgendwo. Okay. I think I have a target now. Äh, nein. Ich will Pfeil wechseln. Pfeil. Pfeil. Kann ich nicht treffen? Doch, kann ich doch. Die Frage ist, was hat mir das jetzt gebracht? I think nothing. Hat das denn Truhe? Nein, der hat mir die Truhe runtergeworfen. Guckt euch das an. Das ist ja cool. Und... Wow. Silberne Rubin. Hab ich noch nie gehabt. Und ich hab meine Grenze wieder voll. Na super. Frage ist, wo höre ich das Hafenspiel jetzt noch? Okay, da. Hier ist er nicht. Auei. Okay, da ist wirklich keiner. Oh. Schau an. Moment. Was passiert jetzt, wenn ich die... Okay, ich hab ein Loch freigemacht. Gucken wir mal in das Loch, ne? Ähm. Okay, wo bin ich hier? I'm scared. Was ist... Was ist das? Hallo? Hallo? Wo bin ich hier? Hallo? Hallo? Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaub, ich bin hier nicht richtig, oder? Hallo? Oh. Hallo? Jetzt weg von mir. Okay, ich hab einen. Wo, wer am I? Wo bin ich? Heißt das, die Fackelnräume hab ich jetzt erledigt, oder? Ich hab die Fackeln jetzt freigeschalten, oder? Oder was geht jetzt hier ab? Okay. Gehen wir da? Das war zugesperrt vorher. Ich glaub, ich bin sowas von hier falsch. Ich hätte da noch gar nicht hingehört. Oh, da geht's raus. Hoppla. Ah. Okay. Okay, da waren wir schon. Gehen wir mal hier hin. Kann ich da rein? Nein, der ist ja zu, oder? Der ist zu, ja. I have no idea what they're doing here, but I'm fighting like a bones, because I can. Ey. Das Kind von hinten ist nicht schweig. Das ist ein Ding, der. Herzen. Ein Herz. Okay. Da hab ich jetzt noch ein paar Räume ohne Fackeln. Okay, dann gehen wir mal hier hinlang. Ich hab wirklich keine Ahnung, was ich hier mache, aber es schaut okay aus. Bin ich jetzt wieder draußen? Nee, doch nicht. Ich blocke mich eigentlich nochmal, das wird schon wieder... Achso, ja. Okay. Dankeschön. Okay, die haben wir schon, die haben wir schon, die haben wir schon. Das heißt, da fehlt uns noch die Fackel. Gut. Random Räume. Random sind random. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich das richtig mache. Oh Gott, Fledermäuse. Ich weiß nicht, warum ich in diesem Spiel so eine Abneigung gegen Fledermäuse habe. Okay. Habe ich die Pferde aufkommen? So. Welcher Raum war jetzt das mit dem Gitter? Upsi. Ich glaub, das war der hier, oder? Eine Truhe. Was? Das alles nur wegen... Rubinen? Ich hab... Ja, toll, die bringen mir nichts. Die bringen mir doch nichts. Ich hab doch schon mein Limit. Ach, Mensch. Und ich hab mich jetzt gefreut, irgendwie so einen Herzcontainer auf einmal zu finden oder sowas. Aber nein. Ja. Dann halt nicht. Auf Wiedersehen. So. Ja, dann bin ich wieder am Eingang. Ja. Ich glaube mal, ich hab alles da drin erledigt. Und ich freu mich, da irgendwas gefunden zu haben. So ein Secret mit dem Herzcontainer oder sowas. Aber nein, das ist irgendwie so ein Blödsinn. So. Ich bin jetzt trotzdem weiter auf der Suche nach dem kleinen Mädchen. Weil ich glaube, sie ist nämlich dann der Weise. Ja. Ist sie da oben irgendwo? Ich glaube. Ja. Sag, 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 sag. Ich geb den einen Weg rauf. Hallo, König. Hallo, mein Geist. Ich bin ganz herzlich willkommen. Danke für mich. Ich bin ständig. Bla, 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 bla. Auch mein Sohn, Kumirian, hat ja nicht die Mutter. Dann wird das sehr verdanken. Danke, Monkey. Zeig mir einfach, wenn ihr braucht von unseren Briefkessen. Insel erreichen. Und die Briefkessen da zappelt. Und glücklich herum. Wirft mir das schon ein Blick hinein. Ja, das wissen wir eh schon. Ja, genau. Da wollte ich drauf springen, damit ich dann elegant reinspringen kann. Das wollte ich machen. Das ist auf jeden Fall falsch hier. So. Mhm. Mhm. Da war noch das Lager, glaube ich, rechts. Das bringt mir jetzt nichts. Da drüben steht sie doch. Sehe ich das richtig? Haha. I knew it. I knew it. Und sie play the harp. Is it called the harp? Ja? Ja, parp. Muss ich da jetzt rübergleiten? Ach, meine Güte. Ach, nein. Der Wind ist dagegen mich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. No. Ach, meine Güte. Der Wind war gegen mich. Blöd, blöd, blöd. Blöd, blöd, blöd. Blöd. Spam ich jetzt meine Rolle rauf. Wissen Sie, das mag ich die Rolle irgendwie. Da ist die Rolle echt cool gemacht. Das heißt, der Wind weht jetzt genau in die falsche Richtung, oder? Da ist ein Enterhaken. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm in letzter Zeit irgendwie. Okay, so. Okay, hoffe. Wusch. Und da kann ich mich rüberschwingen. Monkey, stell dich doch nicht so dumm an. So. Natürlich quatschen wir zuerst mit ihr. Monkey, du bist wohl also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinem Abenteuer zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von dem Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich berühmt. Findest du nicht auch, was sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Monkey. Natürlich bin ich überleglich zu sehen, wie Komori zu seinem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss ich wohl meine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sehe, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bei allen dienlich sein kann. Unsinn ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben meiner Meid, wirst du wissen. Sehr gut. Denn, äh... Aber das ist ja ein Taktstock. Ja, so ein Zufall, gell? Wirst du mich etwa dirigieren, Monkey? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Jawohl, sehr gut. So, ähm, die Hymne des Terra-Gottes muss ich machen. Was lacht Guardian da hinten? Okay. So, und jetzt müssen sie sich erinnern. Warte, gibt's sogar inzwischen so ganz wie hübsch. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Welch ein Zufall. Und es erinnert mich an irgendetwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. What a coincidence, yes? Guardian. Ah, er fängt sie wenigstens auf, das ist doch schon mal was. Oh Gott, das wird so copyright gerechnet werden. YouTube suit my asses. Ah, ist aber hübsch. That's really beautiful. Und alle im Chor. Und alle im Chor. Und alle im Chor. Die Stimme der Weisen, ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Monkey, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra Tempos bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Natürlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Oh, keine Trine. Monkey, begleite mich zum Terra Tempel. Wir müssen schnell das Master Shad wieder zu seiner alten Strecke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz zu verbannen. Okay. Oh, das ist der Junge. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Mait Meduli in Erinnerung behält. Ach, das ist ja... Ach, das ist ja... ...cute. So, das heißt, wir haben schon endlich den ersten... Sind wir jetzt gleich direkt nur im Tempel wieder oder muss ich wirklich hinfahren? Ich muss wirklich hinfahren. Na, super. So, gut. Ähm, zuerst muss ich einmal den Wind wieder regeln. So, und zwar muss ich jetzt so schräg rauf. So. Ach, aber das sieht irgendwie cute aus. Hier sitzt da so ein Boot und... Yay. Das war falsche Richtung, Monkey. Diese Richtung gehören wir. Yay. Ah, das sieht so richtig cute aus mit den Zweiten da drin. Schön im Untergang Sonnenlicht. So. Ach, gut. Das heißt, wir haben dann den ersten Tempel unter Anführungszeichen erledigt. Das heißt, wir brauchen dann den Zweiten. Und ich fahre gerade übrigens in die falsche Richtung komme ich gerade drauf. Das ist nicht der Terra-Tempel. Das ist der Terra-Tempel. Genau. Äh. Ich bin manchmal doch ein bisschen schwerfällig. Nein, den brauchen wir. Gerade noch. Da unten in Präludien ist nämlich der Terra-Tempel. Ich wäre jetzt wirklich zum falschen Tempel gefahren. What the heck? I'm not smart. I'm stupid. I'm stupid today. Today, I'm stupid. Stupid today. Today, I'm stupid. Stupid today. Das ist natürlich auch den Wind auch wieder falsch. Natürlich. Warum denn noch nicht? So. Dann machen wir das. Bli, blu, blab. So. Und wir wollen jetzt nach Osten. So. Ach. Ach, mein Gott. Das, äh. Und jetzt fahren wir. Und jetzt schön. Das junge Pärchen. Ist das nicht süß? I show you the world. It's super wet. It's only water. And shit. Da hinten haben wir es schon. Ah, sehr weh. Das Problem ist, ich muss mir jetzt noch überlegen, wie komme ich jetzt in diesen Tempel mit dem ganz vielen Wind. Das heißt, ich muss sicher sowas finden, wie die Armbänder. Und ich will nicht schon wieder in eine Komplettlösung. Ja, ich habe euch ja gesagt. Für die Armbänder habe ich in eine Komplettlösung geguckt. Das heißt, ich muss irgendwo wieder was finden, um jetzt quasi reinzukommen, damit ich dann da irgendwelche Sachen kriege. Ich nehme an, da es die Legend of Zelda ist, sind das die Eisenstiefel. Weil die Eisenstiefel machen die hier ganz schwer. Das ist dann in dem Sinne logisch. So, da haben wir es schon. Da haben wir es noch richtig. Meduli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort an den furchtbaren Monsterhausen. Sie haben den letzten Weißen das Leben ge... Oh, ich muss noch in den Tempel. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Monkey in deiner Nähe drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Monkey A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf das er dich tragen kann. Und du, Monkey? Wenn Meduli an deiner Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du ihm tun der Götter erlernt hast. Sind wir verstanden? Du beschützt Meduli, Monkey, und Meduli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Master-Schwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Oh, ich muss erst wieder... Ach, nö, das heißt, ich muss jetzt in einen Tempel hinein. Ich dachte einfach, ich drehe sie einfach vor die Tür und das war's. Ach, Gottes Willen. Ja, na gut, dann machen wir halt die Tür mal auf, ne? Ey, Melody, Melody, komm her da. So. Ach so, ich muss jetzt die Hymne der Terra-Götter machen. Die Blue Sea. Wow, das Geräusch gerade. What the heck? Das klingt wie ein verzerrter Schrei. Ganz high pitch. Der Terra-Tempel. Na, supi. Ein Tempel. Hm. Oh ja, lass mich, lass nicht Link vorgehen, der mit dem Schwert und dem Schild, der dich verteidigen wird gegen Monster. Ist okay. Okay, gucken wir uns das erste Mal um. Gut, dann, Leutchen, werden wir jetzt mal einen Speicherpunkt setzen. Es wird gespeichert. Und da ich so ein nervöser Speicher bin, machen wir das gleich nochmal. So. Und ich glaube, ich werde jetzt mal eine kurze Aufnahmesession-Pause machen. Ja, ich habe jetzt eh schon 23 Minuten. Jetzt quatsche ich halt noch ein bisschen. Jo, jetzt werde ich eine kurze Aufnahmepause machen, weil jetzt ist eh schon Mittag bei uns. Und jetzt werde ich mal was essen. Futter, genau, genau. Also, wir sehen uns alle im nächsten Part, mein Freund. Wir sehen uns alle im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.